Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Apfel-Mehrrettich-Suppe. Apfel und Meerrettich sind eine alte Kombination, die bereits als Apfelcreme vor Jahrzehnten bei Bauern zum Schweinebraten gereicht wurde. Einmal etwas anderes ist die Apfel-Mehrrettich-Suppe, die wegen ihrer leichten Säure, der Süße von Äpfeln, aber auch der Schärfe des Meerrettichs hervorragend schmeckt. Für zwei Personen werden folgende Zutaten benötigt. 2 kleine säuliche Äpfel, zum Beispiel Elster, Cox-Orange, Rayburn, Zitronensaft von zwei unbehandelten Bio-Zitrone, halbe mittelgroße Zwiebel, ein Esslöffel Butter, 50 Gramm frisch geriebener Meerrettich, 200 Milliliter Vollmilch, halbe Liter Gemüsebrühe, 50 Milliliter Weißwein, 100 Milliliter Sahne, Suppeneinlage, 100 Gramm Räucherlachs, Garnitur, etwas frischer Schnittlauch, 2 Teelöffel Creme Fresh, weitere Zutaten, frisch geriebener Muskat, Salz, frisch gemahlener Pfeffer. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer, Schneidebrett, Zitruspresse, zwei Schüsseln, Topf, Pfannenwänder, Zauberstab, Frischhaltefolie, Küchenpapier. Zubereitung Vorbereitung Die Zitrone auf der Arbeitsplatte wälzen, so brechen die Poren auf und es lässt sich mehr Saft gewinnen und auspressen. Dann die Äpfel schälen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Die Früchte in sehr kleine Würfel schneiden, mit etwas Zitronensaft beträufeln, durchmischen und beiseite stellen. Den Meerrettich schälen, fein reiben, in eine Schüssel geben, mit etwas Zitronensaft beträufeln und mit Frischhaltefolie abgedeckt beiseite stellen. Die Zwiebel pellen und in feine Würfel schneiden. Den Schnittlauch für die Garnitur waschen, gut trocken schütteln und in feine Röllchen schneiden. Den Lachs in kleine Streifen schneiden. Apfelmeerrettichsuppe Die Butter in einem Topf erhitzen. Ist das Fett heiß, die Zwiebelwürfel zugeben und darin glasig, ohne sie Farbe annehmen zu lassen, andünsten. Dann die Apfelwürfel zugeben und kurz mitschmoren. Etwa 4 Esslöffel Apfelwürfel aus der Pfanne heben und als Suppeneinlage beiseite stellen. Den Meerrettich zugeben und mit dem Weißwein ablöschen. Dann auf etwa die Hälfte reduzieren lassen. Mit der Hälfte der Milch sowie Brühe aufgießen und zum Kochen bringen. Die Suppe etwa 10 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Jetzt mit dem Zauberstab fein pürieren. Die restliche Milch zugeben und die Schlagsahne unterrühren. Dann mit Muskat, Salz und Pfeffer würzen. Die pürierte Suppe weitere 10 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Danach nochmals mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Fertigstellung Die fertige Suppe mit dem Zauberstab nochmal aufmixen, bis sie sämig wird. Dann in vorgewärmten Suppentassen oder Suppentellern anrichten. Die beiseite gelegten Apfelwürfel als Suppeneinlage auf die Portionen aufteilen. Die Lachsstreifen darauf drapieren. Dann mit jeweils einem Kleckscreme fraîsch und etwas Schnittlauch garnieren. Die Suppe sofort noch heiß mit einer Beilage nach Wahl servieren. Als Beilagen eignen sich Fertigstellung Fertigstellung Vielen Dank.